Vorwort in einfacher Sprache, was ich will, unterhalten über Kunst, komm vorbei mit deinen Fragen, ohne besonders schlau zu sein, trau dich her mit deinen Fragen, unterhalten über Kunst, ohne besonders gebildet zu sein oder schön zu sein, gibt dir Ästhetik ein sicheres Gefühl. Warum? Weil Kunst für alle da sein soll, soll für alle erreichbar sein. Kunst soll für alle erreichbar sein, wie das Gefühl von Sicherheit.